Moin Leute, heute zeige ich euch meinen 2,7 Bi-Turbo ohne Cuts und komplett durchgehenden Rohr, den Sound. Also legen wir mal los. Ja, so jetzt zeige ich euch mal, ihr läuft im Stand. Ja, so jetzt geht's. So, und dass ich mir auch Pop-Up Ventile eingebaut habe, zeige ich euch da mal auch was, wie mein Motor aussieht. Und natürlich einen kleinen Soundfest. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch was haben wollt, ein paar Kommentare drüber. Drunter, 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 nicht drüber. Jo, ciao.